Was geht ab Leute zu neuen Leute Games und willkommen zurück zu Death Stranding Komplett Idee versorgt das ganze hier Fünfteile müssen wir besorgen Ich hab ne ganze Wagen, keine Granaten dabei, das sollte schon gehen So, wir können uns auch anschleichen, aber ich glaube mit dem kleinen Transporter im Pack wird da nix Ich wusste schon mal Blutgranaten aus, weil da kommen wir nicht rumrum Laden wir die schon mal auf Achso, die kann man gar nicht vorladen, okay Hier muss ich vorsichtig sein, ich muss mir meinen Weg so ein bisschen planen Ja, wir gehen erstmal nach vorne hin Ist auch gut, dass ich stehen geblieben bin Ich will mich wirklich nicht anschleichen Habe ich gar keinen Bock drauf Ich hätte vielleicht auch an Bluttransfusion denken sollen Wobei, da hätt ich die Nabels nur durchtrennen können Kryptobioten gibt es ja aber auch Na, wenn wir uns hinsetzen Ja, wenn wir uns hinsetzen Ja, wir gehen lassen Ja, aber ich würde nicht trennen, bam, perfekt Schnittschnapp Wie ich sag ihm Fa, respekt Wie ich finde ich euch noch mal Es wird nicht verlieren, aber ich bin ich nie passieren auch rein es gibt blut wir brauchen blut war nur eine kleine quelle so ist aber ein bisschen vom ziel abgekommen da musste ich nämlich hin das wird ein bisschen dauern bis wir alles haben sehr gut bleibt spannend das ist wirklich kein gebiet wo wir so 123 gds haben sondern tausende auf einem fleck immer links und rechts solange wir die luft anhalten langsam gehen kann man die eigentlich ziemlich leicht ausschalten so viel nachkampft 1 2 3 4 stück 1 2 3 4 stück 1 2 3 3 3 4 kann man die leicht vernichten. So, der ist da. Wir sollten das hier überqueren können. Wir brauchen noch drei. Ich hoffe, ich habe keinen verpasst. Guck mal nochmal auf die Karte. Ich sehe gerade nur einen einzigen. Und zwei habe ich. Ja, drei brauche ich tatsächlich noch. Da sind drei auf einen Haufen. Wenn ich Glück habe, treffe ich alle. Nee, ich glaube nicht. Oh, es sind hier viele. Und die suchen nach mir. Die sind auch nur verwundet. Sie sind auch noch am Leben. Komm, verschwindet, verschwindet. Sehr gut. Super viel Chirale Kristalle hier. Schön, dass man gedrückt halten kann. Hier war ein Viech unterwegs. Definitiv. Da oben. Das ist okay. Wir können hier hochgehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wenn wir das anstellen. Aber... Gut, das Ding kommt hinterher. Ich glaube, das können wir auch mitnehmen. Gut, da hätten wir wieder eins. Ich versuche mal hier oben rauszukommen. Ich glaube, da liegt schon der nächste. Nein. Wir sind wirklich komplett hier wieder zurück, ey. Wir sind auch kaum genäß. Mal da unten, ey. Voll verpasst. Der saß da oben irgendwo. Ah, Zoll. Zwei auf einen Haufen. Echt, wenn ich den ausknipse. Das hat geklappt. Ah, keine Granate mehr ausgerüstet. Jetzt aber. Gut, dass wir so viel Krach machen können, wenn wir wollen. Das ist perfekt. Oh shit. Da steht ja genau neben mir. Wenn ich da keine Nabelstunde durchtrennen. Da ist nichts zu machen. Boah, hier sind aber auch viele. Viel läuft immer noch rum. Oder sich die ganzen Blutgranaten mitgenommen hat. Leider kein Blut. Oh, oh. Ich darf jetzt. Echt genau vor mir. Da ist eine Nabelstunde. Das ist kein gesehen. Boah, wie klein der war. Das war gut beschützt. Das war aber richtig gut beschützt. Ach, das war nur vier Behälter. Okay. Oh mein Gott, was passiert hier? Die virale Konzentration hier ist hoch. Da sage ich nicht nein. Okay, ich denke, wir können wieder zurückgehen. Ah, liefere einen Behälter mit Ammoniten. Das müssen wir noch machen. Und vier Behälter mit den Teersammlern. Okay, wo kriege ich diesen Chefbehälter? Ja. Ich halte mich fern, wenn ich mich fernhalten kann. Oh ja, toll. Doch nicht erwischt. Perfekt. So, wo haben wir diesen Mistbehälter? Boah, ich dir alle Kristalle, alle an einem Punkt. Wenn ich die vernichte, dann spawnen die natürlich. Wie? Weiß ich nicht, was. Genau, dann haben wir auch das aufgenommen für den. Das ist perfekt. Hier sollen wir hin. Gut, nochmal checken, was wir alles haben. 1, 2, 3, 4, perfekt. Ja, und Ammoniten haben wir auf dem Ding. Deswegen wird es mir nicht angezeigt, weil ich es nicht am Körper trage. Dann müssten wir alles haben. Dann muss ich den ganzen Scheißweg hier hochgehen. So, Biologin. Okay, los geht's. Wir machen einen wunderschönen Umweg. Gut. Komm, die schwindet jetzt in mir. Komm, die schwindet jetzt in mir. Oh, ich will gerade losrennen. Ja, dann nehmen wir auch noch mit. So, wir sollen jetzt aber raus sein. Oh, mein Fachwälter wurde zerstört. Cool. Der Regen ist grässlich diesmal. Ja, Wasser spendet hier kein Leben in dem Spiel, sondern den Tod. Gut, wieder in die verschneiten Berge. Schon beschädigt, wahnsinnig. Ich bin noch nicht mal, keine Ahnung, nicht mal einen Kilometer gelaufen. So, ich denke, der Wix sollte nicht so heftig werden. Oh, da können wir uns entspannen. Auch gut. Keine Zeit. Obwohl, wir könnten die Flasche da wieder auffüllen, ne? Und so schnell werde ich wahrscheinlich nicht in den privaten Baum kommen. Gehen wir eine Runde baden. Akku lässt sich verdammt schnell auch wieder auf. Warum auch immer. Gut, wir warten ein bisschen. Energetische Quelle. Seht ihr die Blitze? Der wäre tot. Cool. ja war die bessere entscheidung alles wieder voll so ist nicht mehr weit irgendwie durch die vereisten berge kommen so ist es nicht mehr Health